und da sind wir wieder zurück nachdem wir vorherige folge die überlänge abbrechen mussten oder ich sie abgebrochen habe siehst du das ist das schöne bei der schrubflinte du kannst einfach zweimal hintereinander schießen bomben fertig gut wenn du natürlich mehr als vier spinn hast wird problematisch wobei da kann man ja immer noch schnell auf die andere waffe wechseln und wir haben ja zum glück zwei wir haben sogar noch noch eine die wir gar nicht bei uns im holster haben hat nur die ausrüsten ich meine wir haben dafür ja auch mit mit ordentlich munition ich finde sie gerade nicht haben wir die munition für den revolver abgelegt gehabt am anfang ja gut nur 25 ist es nicht so viel ich weiß auch nicht wie stark sie ist aber ich würde die tatsächlich doch erstmal aufheben da geht es nicht weiter ganz ehrlich ducktape haben wir am spawnen fest oh gut aber jetzt können wir eine axt bauen wie der musik versteht man gar nichts ich glaube er hat gesagt i'm waiting you also ich warte auf dich was mir gerade ein bisschen angst macht die frage ist halt der der hier am telefon ist ist das der gleiche der uns immer unter übers radio erreicht weil das macht überhaupt keinen sinn oder ist das eine entity eine entität die hier im spiel ist wollte irgendwie haben wir gerade das gefühl und das macht mir gerade ein bisschen angst support bei wer wartet auf uns möchte ich das wissen so und wir können jetzt tatsächlich eine fucking axt bauen axt bauen axt bauen und wir haben kein kleber aber das ist es jetzt nicht so dass wir haben kann ja gut gut wir sind also gut 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 dann nehmen wir die natürlich also erstmal warten wir bis unsere hier abgebaut ist klar wow das ist nicht schlecht 3 pfund ernsthaft was soll ich denn jetzt wegwerfen mit 3 pfund was das denn schon wieder ohne nagelbox haben wir also wegwerfen können die axt zum beispiel pifo scheiße alter sieben bullets ja die wiegt nur ein pfund würde gar nichts bringen ich glaube die muss dran glauben die dinger sind einfach zu schwer aber stamina boost weißt du was statt weg zu werfen es ist einfach da haben wir ein bisschen stamina boost hier ist noch ein bisschen duct tape aber glue war hier keiner ne ne ok gut da würde ich mal sagen gehen wir mal zurück und gehen wir durch diese geheimnisvolle tür die uns da erwartet d Okay. 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 Und dann? Oh, ich habe das früge Folge auch gar nicht gespeichert. Also, das entspeichern. Ah, verbände, let's go. Oha. Also dafür, dass so echt immer Wind hier überall ist, bewegen sich die Wolken echt wenig. Und ja, bewegte Wolken gehen auch in GZ-Doom. Da muss ich nur ein bisschen anstrengen. Kann man hier runterfallen? Nee, kann man nicht, okay. Da geht's lang und hier geht's lang. Oh, mein Gott, wir sind so reich an, 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 an stecken. Das ist der helle Wahnsinn. Und wir sind schon wieder überladen. Mit 0,9, äh, 0,09 Pfund. Das hält ja nicht, ähm, das hält den Kopf mir aus. Weißt du, was jetzt kommt? Was soll's? Da geht's nicht weiter. Da geht's noch weiter runter. Aber er geht auch nicht weiter. Das heißt, hier geht's im Gesamt nicht weiter. Die fielten bis auf von der Treppe. Das ist wieder das Fluid, ne? Brauchen wir so viel Flut? Warum gehst du nicht darauf? Danke. 1,5 Pfund geht recht, ja nicht mal. Wir müssen mehr abwerfen. Sorry, aber weg mit dir. Wurde genug würde ich behalten. Wobei es auch schon 2,6 Pfund wiegt, ne? Das ist auch schon ordentlich. Das ist alles nicht so geil. Okay, da geht's auch nicht weiter. Dann geht's ja bloß nur noch hier. So ein riesiger Schatz und da ist nix drinne? Ernsthaft? Was soll's? Was soll's? Ich weiß auch gerade nicht, wie weit wir von unserem Spawns zu entfernt sind. Wir sind gerade wahrscheinlich ganz woanders. Und ich hab absolut keinen Plan, was wir machen, wo wir sind. Ich hab komplett meine Orientierung verloren. Also gut, komplett nicht. Ich weiß, wie wir zurückkommen würden. Und ich glaub, wir gehen noch mal kurz zurück, ne? Oh. Ja, okay, ganz ehrlich, bevor wir in diese Tür reingehen, ich will jetzt doch erstmal zurückgehen und ein bisschen Sachen abladen. Ähm, ich lege am besten direkt mal hier. Das hier ab. Und das hier ab. Alles andere können wir dann eigentlich zu Hause lassen. Ich lege auch das hier ab. Okay, da hab ich schon mal ein bisschen Gewicht gespart. Weißt du, was kommt? Hab ich auch noch da oben. Wobei, nee. Nee, lieber nicht. So, ich versuche jetzt mal den Weg zurückzufinden, aber... Folge nicht höheren. Mal gucken, ob ich mein fotografisches Gedächtnis im Stich gelässt oder nicht. Ich meine, es ist zwar relativ verwinkelt, aber es... Ich glaub, ich krieg's noch zusammen. So, da ging's hier raus. Hier ging's da lang. Nee. War hier der Eingang? Ich kann gerne, doch hier war der Eingang. Nee, war hier nicht. Und jetzt haben wir verlaufen. Verdammt nochmal. Ah. Da. Ich nehme hier noch den, 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 den Glüh mit. Oh. Denn wir können ja jetzt, äh, auch eine schöne Axt bauen. Und die entsprechend auch reparieren. So, jetzt sind wir wieder hier draußen. Ja, ist ja gut. Gut. Meine Fresse, gut, ich nochmal. YouTube ist grad am sterben. So, dann gehen wir hier lang. Alter, ich, 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 ich hab' noch alles zusammen. Ha. Ja, wir sind schon wieder fast am Ziel. Am Anfang. Ich hab' noch überlegt, ob ich das Ding mitnehme für dieses Hackebeil, was wir gefunden haben. Aber ganz ehrlich, nee. Leute, wie gesagt, das ist ein schönes Gimmick wahrscheinlich. Aber, ich glaub' nicht, dass es uns was bringt. Und die Frage ist immer noch, wo sind unsere drei Steine? Sind sie wirklich hier drinnen gelandet? Wisst ihr was? Ich guck mal ganz kurz was. No clip. Ja. Die sind tatsächlich alle hier drinnen gelandet. Ja, und wir haben die drei Steine wieder. Ist das mies. So, no clip, aus. Easy. Ist das mies, ey. Also, mit den Steinen einfach, wenn du ihn irgendwo hinwerfst, muss man echt aufpassen. Das funktioniert nicht. So. Wir können. Du kannst hier bleiben. Du kannst hier bleiben. Ganz ehrlich, du kannst auch erstmal hier bleiben. Die werden wir erstmal nicht nutzen. Aus Gründen, die offensichtlich sind. Du kannst auch hier bleiben. Du kannst da bleiben. Du kannst da bleiben. Wie viel wiegen die eigentlich, die Steine? Boah, 30 Pfund. Aber die sind halt auch geil brauchbar. Also, die würde ich für nichts auf der Welt weggeben. Unsere 19 Steine. Die würde ich schon gerne behalten. Du kannst hier bleiben. Sieh mal Salami kann... Ja, das kann hier bleiben, weil wir haben ja hier unser gekochtes Meat. Das regt definitiv aus. So, der Sima-Clip kann hier bleiben. Dann haben wir eigentlich gar nicht mehr so viel. Wir haben jetzt noch 50 Pfund wieder frei. Und in Kürze wird auch unser Hammer aussteigen. Dann werden auch die beiden Sachen wieder weggehen. Gut, okay. So, gerade mal 4,5 Pfund. Ich würde tatsächlich die Sachen auch hier lassen. 10 Dinger. Mittlerweile auch schon 3 Pfund. Aber gut, das ist echt verschmerzbar. Die Vitamine, die kannst du ehrlich... Brauchen wir unterwegs, la ratiert nicht. Ich wüsste nicht mal wozu. So, von daher. Ja, das wird auch brauchbar aus. Jetzt haben wir wieder... Ja, mehr als 50 Pfund... Tragekapazität gewonnen. Das ist doch ganz geil. Boah, das ist alles so krank. Das ist alles so viel. Ey, heilige Scheiße. Diese Maps sind einfach so riesig. Ey, wer das alles designt hat, muss so viel Langeweile gehabt haben. Gut, ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute daran gearbeitet haben. Ob es ein Einbahnprojekt war oder... Zumindest wird in dem Zusammenhang ein Name erwähnt. Aber kann ja Tropfen sein, dass er Helfer hatte. Aber es ist einfach... So ein riesiges Projekt... Äh, wo lang? Doch, nicht, also doch hier lang. Jetzt einfach so ein riesiges Projekt. Ich nehme dich einfach mal mit. Danke. So ein riesiges Projekt, Leute. Und dann bauen wir einfach mal dieses Butcher-Messer zusammen. Und dann werden wir ja sehen, wie stark es ist. Würde mich mal schon interessieren. So, ja, haben wir das Butcher-Messer? Dann wollen wir mal gucken. Boah, immerhin 55 und es wiegt gerade mal 5 Pfund. Ich nehme es erstmal mit. Auch wenn wir es wahrscheinlich niemals benutzen werden. Junk. Ja, genau das. Butcher-Messer, 55. Ich meine, klar. Wobei andererseits eben alleine das Ding hat schon 40. Und unsere Axt hat dann später... 50, glaube. Das heißt, das Ding hat kaum mehr. Ja, wie gesagt. Wir werden es wahrscheinlich nicht verwenden. Und ich werde es wahrscheinlich auch, sobald wir voll sind, vom Gewicht her, direkt wegschmeißen. Wir mussten hier lang. Dann hier durch. Dann nach da. Was ein schöner Wanderweg. Dann nach da. Dann nach da. Ich schwöre euch, der wollte was von mir. Ist eigentlich relativ einfach, der Weg. Lol. Und war es gar nicht mal so schwer. Gut, hier droppen die FPS schon wieder ganz schön. Oh, da ist die Tür. Okay. Dann haben wir... Ja, wie gesagt. Ich glaube nicht, dass wir das Ding hier verwenden werden. Das macht einfach, technisch gesehen, keinen Sinn. Das macht einfach keinen Sinn. Warte mal kurz. Warte, warte, warte. Ich möchte mal ganz kurz gucken, wie es aussieht mit den Attacken. Ist zum Glück überhaupt nicht laut oder so. So, hier haben wir die schöne Attacke, mit der wir ordentlich... Ja, eh, deswegen hat er nicht mal einen sekundären Angriff. Ja, also ich... Das Ding ganz, ganz ehrlich kommen. Es macht einfach keinen Sinn. Sorry, Leute. Es... Es macht einfach keinen Sinn. Wie gesagt, sobald dieser... Schmiedehammer weg ist. Wenn wir dann die Axt benutzen. Da verspreche ich mir schon ein bisschen was von. Vor allen Dingen hoffe ich, dass wir damit auch ein bisschen Blutdamage machen. Also, ähm... Oh nein. Au. Ah. Das war gerade dumm. War ja klar, dass einfach noch mehr Leute kommen. Die haben mich wieder vollkommen vergessen gehabt. Ist das echt schon der Zweite? Ich hoffe, es kommt jetzt nicht noch mehr. Ja, der Fletcher ist jetzt mittlerweile auch schon fast tot. Ist er links oder rechts? Oder die Mitte? Okay. Wird jetzt gesperrt. Rechts geht's. Oh, wie sieht noch mehr aus? Ja, ich würde mal sagen, wir gehen einfach mal nach links. Mhm. Oh. Ein bisschen Thunfisch. Ein bisschen Thunfisch. Oh, wow. Man sieht mich nicht. Hehehe. Hehehe. Leider funktioniert sowas nicht. Es wissen tropfen immer alle Zombies genau, wo man ist. Oh. Dieses BOOM. Hat das was zu bedeuten? Oder gehört's wieder zur Musik? Ich meine, es sieht da schon ganz schön interessant. Ich glaube, da geht's weiter, ne? Oh, noch ein Life-Up-Pair-Kit. Da vergisst ganz schön viele. Oh, ne. Okay, geht's nicht weiter. Es sieht nur sehr interessant aus, aber scheinbar... ...passiert gar nichts. Okay. Gut, dann ist die linke Seite also schon mal abgearbeitet. Dann geht's zur rechten Seite. Okay, es ist sehr nah. Also, es ist sehr nah von Entfernung, ja. Äh, erwarte großen Widerstand, wenn wir da hingehen. Also, äh, wenn ich da hingehe. Gott, die sind, warum lassen die mich so nah ran? Aber ich sag mal, komm, 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 wir müssen eh unsere Fletcher mal kaputt machen. Ich muss noch meine Fletcher mal. Wenn ihr, wenn ihr uns eh so nah ran lassen... Hatouken. Hatouken. ...und der ist der Hammer kaputt. So. Uah! Die Tür ist aber gar nicht dunkel. Die ist doch hell. Leck mich am Arsch. Ich dachte, ich dachte, die, 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 die... Also, äh, das ist doch eine helle Tür, das ist doch keine schwarze Tür. Uuh! Noch eine Axt, geil! Denn, genau die werden wir jetzt auch benutzen. Der letzte Gentleman. Wir sind fucked. Äh, den Sledgehammer. Daraus konnte ich eigentlich gleich direkt... Den Sledgehammer... 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 Genau, daraus können wir gleich wieder Sledgehammer bauen. Macht es Sinn, wenn ich die eh nicht mehr... Also, wenn ich jetzt eh eher die Axt benutzen würde? Ich meine, es nimmt so zumindest weniger Platz weg. Und es ist, glaube ich, auch etwas leichter. Das sind zwei Pfund... Und 5,5. Also 7,5. 5,5 insgesamt. Und das... Oh! Ne, der wird schwerer. Ah gut, okay, der Kleber. Gut, also die drei Sachen einzeln alleine. 5,5. 2,5. Das sind 8. Nein, was? 5,5... Doch, genau. 5,5, 2,5 sind 8. Oder... Also 10. Das heißt, der ist dann doch insgesamt leichter. Ja. Und nimmt halt auch weniger Platz weg. So. Insgesamt. Also, ja, wir nehmen den einfach... Äh, ja. Und dann wollen wir mal gucken, wie die Axt sich anfühlt, gell? Oh, das sieht schon sick aus. Das... Das sieht schon sick aus. Oh, Alter, hier sieht es aber ganz schön katakommemäßig aus. Holy shit. Das sieht hier... Oh. Das sieht richtig düster aus, hier. Das noch einer? Das Schöne ist, sie lassen einen immer sehr nah ran. Das ist sehr lieb. Das macht die Sache erschreckend einfach. Alter. Ja, das ist schon... Ist schon ein schönes Gefühl. Einfach mit so einer Axt in den Kopf. Let's go. Unbroken. Ist schon geil. Muss man ganz einfach sagen, die Axt hat schon geiles Feeling. Definitiv ein besseres Feeling als sonst. Also ein Hammer. Ihr könnt mal gestohlen bleiben, ganz ehrlich. Achso, wie so ein normaler Umhang. Du kannst ja auch gestohlen bleiben. Ja. Du kannst ja definitiv auch gestohlen bleiben. Unser Anzug hält erschreckend lange, ne? So, da ist ne Tür. Warum gehen sie nochmal auf? Okay. Gut. Dann würde ich mal sagen, ich muss das für die Folge auch gewesen sein. Und dann erkunden wir genau diesen Ort dann später. Das ist jetzt Folge... Ich muss hier mal löschen. Alter, kann man löschen? Ja. Mit der Entferntaste. Okay. Soll ich löschen? Ja, komm ganz ehrlich. Und das ist jetzt Folge 24. Bam. Siehste, er macht ja so wie... Achso, nein, nee, er macht nicht Autosaves. Also doch, er macht Autosaves, aber nicht zum Folgenende. Bei mir geht's ja darum, dass ich, wenn jetzt ne Aufnahme verkackt ist, also wenn ich merke, das OBS nicht aufnimmt, ich denn, ja, zurückspringen kann und dann die Folge nochmal aufnehmen kann. Aber gut, das sind interne Sachen. Versteht ihr eh nicht. Das Wort OBS kennt ihr gar nicht. Ja. Bis dann.